Was in diesem Video passiert? Ah, okay. Seid ihr beides Mädchen? Ja. Oha. Hä, wir spielen einfach nur nicht mit dreckigen Nosekins. Guck mal, wie du aussiehst. Einfach dreckig. Du bist ein Nosekin, du hast nix. Gar nix. Yo, Leute. Was geht? Flakes hier. Heute werden wir mal wieder seit langem als Nosekin random Squat zocken. Ich hab mal wieder Bock, richtig nette Leute kennenzulernen. Und ich hoffe, ich treffe keine Nosekin-Mobber. Das wäre richtig mies. Aber ich hab ja mal einen OG Black Knight. Und falls mich jemand mobbt, werde ich den zeigen. Lasst auf ihren Like da und ein Abo. Und tragt auf ihre Mindcrater-Code FlexiMyTipShop ein, um mich kostenlos zu supporten. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hello, hello, hello. Hello. Hi. Where are you from? Germany and you. Where? Germany? Yes. Ja. Seid ihr beides Deutsche? Ja, wir sind beides Deutsch. Ah, okay. Seid ihr beides Mädchen? Ja. Oha. Ja. Läuft bei mir, oder? Ähm, ja, klar. Nein, Spaß. Alles gut. Ihr habt Craigie markiert. Wollt ihr da landen? Äh, ja. Okay, perfekt. Dann lass mal dort landen und erst mal direkt looten. Kennt ihr beide euch? Oder seid ihr auch random? Nein, wir beide kennen uns. Wir gehen beide zusammen in eine Klasse. Ah, ihr geht beide zusammen in einer Klasse. Okay. Nice. Okay, ihr hört euch beide eigentlich relativ nett an. Voll cool. Endlich mal zwei Mädchen hier zu treffen. Perfekt. Dann holen wir jetzt wahrscheinlich direkt den E-Pischen. Ähm, ja, würde ich auch sagen. Das wäre richtig nice. Okay, dann looten wir. Warte mal. Was denn? Ja, du kannst die Kiste nehmen, wenn du willst. Hier. Hier, nimm den Loot. Ähm, Lena? Ja? Komm mal her. Bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Ey, was ist denn los? Man nervt mich nicht. Du sollst stehen bleiben. Du bist ein Nusskinn? Hä? Was? Ey, Lena, sag mal deiner Freundin bitte, die soll aufhören. Was? Du bist wirklich ein Nusskinn? Guck mal, er ist einfach ein Nusskinn. Ey, ja, komm. Komm, hört auf damit. Er sieht aus wie so ein hässlicher Hamster. Aber ein hässlicher. So, 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 so. Weil. Hä? Was, wie ein Hamster sehe ich aus? Wie ein Hamster. Du kannst dir nicht mal, du kannst dir ja nicht mal was über einen Skin leisten. Guck mal, wie du ausschaust. Ey, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ihr macht wahrscheinlich Spaß oder so. Guckt mal, wo die Zone ist. Lass mal direkt in die Zone gehen. Ich hab keinen Bock auf euer Gelaber. Hier sind auch irgendwo Gegner. Ich höre schon Gegner. Wenn ihr so cool seid, dann kommt, fightet mal hier ein bisschen. Manu, du willst uns den epischen Sieg holen. Ne, naja, wir mit uns den epischen Sieg holen. Und er ist ein Norrischen Skin. Ein Norrischen will mit uns den epischen Sieg holen. Hallo. Ihr wisst, dass Norrischen die Besten sind? Nein, haupt zu lügen. Nein. Norrischen sind einfach so. Was redest du da? Wer hat dir das denn gesagt? Hey. Norrischen sind die aller, aller Besten. Das wisst ihr ja. Und falls ihr das nicht wisst, dann... Norrischen sind Noobs. Was? Norrischen sind echt Noobs. Komm, seit welcher Season spielt ihr denn? Tja, das würde ich gerne wissen. Ich spiele bei Season 6. Also... Du, Lena, Lena spielt seit Season 6 Kapitel 1, oder wie? Ja. Ja, ja. Ah, okay. Und die andere da, Just Dream, diese Eingebildete da. Was für Eingebildete? Was für Eingebildete? Die ist einfach nur schön und schlau. Und nicht so wie du mit deinem No-Skin. Hä, was hat jetzt No-Skin mit schön und schlau zu tun? Und hier ist ein Schneemann. Komm, mal gucken, ob ihr den bekommt. Also zumindest kann sie sich ein Skin leiten. Ist so. Wo ist denn euer Aim? Ich habe gerade alle Kills gemacht. Ja, Digger, wenn du den Kill klaust, siehst du auch, dass ich da vorne war. Ich klau den Kill. Ja, du. Ist das euer Ernst? Komm, ihr könnt jetzt, wenn ihr wollt, den Prank auflösen. Weil das ist auch nicht mehr witzig jetzt. Ich bin Prank. Hä, wir spielen einfach nur nicht mit dreckigen No-Skins. Guck mal, wie du aussiehst. Einfach dreckig. Guck mal, ihr mögt keine No-Skins, aber ihr seid selber keine OGs. Guck mal. Ihr habt doch selber keine OG-Skins. Was labert ihr mich denn voll? Ich habe mal einen Account, da ist Elite-Agentin um. Also ist halt mal nicht leise. Und ein Loser-Dance-Account. Aha, ein Loser-Dance-Account und ein Elite-Agentin-Account. Und das findet ihr toll? Hä, ja, na klar. Ja, besser als ein Moe-Skin-Account. Der war gut. Wie alt seid ihr denn? Komm, sagt mal, wie alt ihr seid. Komm. Ich werde 15. Und du? Und die Selena? Ja, ich auch. Wir gehen in eine Klasse. Stimmt. Und ihr merkt schon, dass ich vielleicht ein bisschen älter bin. Warum habt ihr keinen Respekt? Warum sollten wir... Ja, weil du No-Skin willst. Ist so. Ach so. Warum sollten wir vor einen No-Skin-Respekt haben. Ah, das heißt, wenn ihr so einen älteren Mann trifft, keine Ahnung, sagen wir mal, der ist 50 oder so. Auch wenn der No-Skin ist, habt ihr keinen Respekt vor dem? Ähm, ja. Ich sag nur, also du willst nicht wissen, wie wir mit unseren Lehrern umgehen, ne, Lena? Ach so, ihr geht mit euren Lehrern auch respektlos um. Habe ich das gerade rausgehört? Ja. Ja. Wieso macht ihr sowas? Ihr wisst, dass Schule sehr, sehr wichtig ist für die Zukunft. Ja, Schule interessiert uns nicht. Wir holen uns einfach so einen reichen Boy und dann, der bezahlt uns alles und dann brauchen wir auch keinen Job. Ich so. Ganz einfach. Und ein No-Skin bringt uns dann nicht viel. Wir sind einfach Gold, Digga. So ist es ja. Was seid ihr? Was hast du gesagt? Hä? Ja, wir suchen uns reiche Boys und wollen nur sein Geld. Und wenn er kein Geld mehr auf dem Konto oder so hat, machen wir halt Schluss. Dann sucht ihr euch den nächsten Reichen, oder wie? Ja. Dann auch. Oh mein Gott, das ist nicht euer Ernst. Was erlebe ich hier gerade? Was redet ihr denn da gerade? Das ist doch nicht euer Ernst. Du siehst doch, dass wir das ernst meinen. Wisst ihr, dass ich eigentlich OG bin? Ja, ja. Du und OG. Genau. Doch, ich bin... Nicht OG, falls du dein No-Skin meinst. Ich bin seit Season 1 am Start. Ihr wisst schon, die Beta-Version von Fortnite, seitdem spiele ich. Das ist eine Nachricht. Ich schwöre ihn verreckt gleich an die Hache. Ich auch. Hä? Glaubt ihr mir nicht? Oh, Alter, ich bin seit Season 1 schon klar. Also, ihr glaubt mir nicht. Hä, warum sollten wir so ein Messer in den O-Skin glauben? Nein, warum sollen wir dir glauben? Das ist so. Ihr seid wahrscheinlich auch solche Mädchen, die eure Mitschüler mobben, ne? Hä, ja klar. Ja, ja klar. Was, ja klar. Standard. Hört doch auf mit sowas. Das ist scheiße. Hä? Hä, weißt du noch diese eine... Meinst du, weißt du noch dieses eine Mädchen aus unserer Klasse, da, was wir von der Schule gemobbt haben? Oh mein Gott. Das ist witzig. Das ist lustig. Ich weiß, dass Mobbing richtig scheiße ist. Hä, juckt uns doch nicht. Wenn die sich an meinen Freund dran macht... Hallo, was ist, wenn euch jemand mobben würde? Das würdet ihr auch nicht korrekt finden? Hä, wir haben unsere Leute. Dann krieg ich halt eine. Ja, ist so. Ja. Ja, ihr seid so unsympathisch. Bitte hört auf zu reden. Bitte hört einfach auf zu reden. Guck mal, guck mal, wir können das so machen. Kann ich euch adden und ihr kommt nachher einfach in meine Lobby rein? Wäre das ein Deal? Einfach so. Einfach so. Von mir aus. Ich muss euch was zeigen. Ich muss euch was zeigen, weil ich hab... Ich hab einen richtig coolen Skin. Ihr müsst mir... Ihr müsst sagen, ob der cool ist. Du hast einen coolen Skin. Und nur deinen No-Skin. Nein, nein, nein. Du und Skins haben. Ja, ja, ich hab einen richtig coolen Skin. Du und Skins haben. Oh mein Gott. Dass ich nicht gleich lache. Also ihr glaubt mir nicht? Nein. Aber bitte, kommt nachher. Kommt einfach in meine Lobby und ich werde euch was cooles zeigen. Ja, von mir aus. Das sein muss. Ah, du schaffst ja auch alleine zu klappen. Ja, klar schaff ich das auch alleine. Gut, dass du weißt, dass ich gut bin. Niemals. So. Zehn Kills sind am Start. Wie viel habt ihr? Immer noch zwei. Ja, du klaust mir ja auch jeden Kill. Ich klau dir jeden Kill. Ihr seid ja nicht mal bei mir. Ja, klar. Hä? So. Wir holen safe den epischen. Durch mich holen wir den safe. Ja, ja. Durch dich, klar. Durch den No-Skin. Oh. Warte mal. Was sehe ich denn da? Ja, wenn du nichts machst. Was? Hast du nichts gemacht? Was war denn das? Oh. Lena, hol mal meine Karte. Oh. Oha, siehst du? Ja, aber was ist denn mit deiner Freundin passiert? Ja, wenn du nicht hilfst und gar nichts machst. Ich helfe nicht. Ich habe zwölf Kills. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Ja, weil du die nur abstaubst. Weil ich die nur abstaube? Oh mein Gott. Ihr seid ja komplett lost. Komplett lost. Komplett lost? Du bist doch der Notkirche. Lena, eine Mad-Kit. Du hast fast tot. Ja, Lena. Nimm mal lieber Mad-Kit. So, weil Lena ist einfach die Beste. So, eine hätte ich schon. Auf Easiness. Guck mal, jetzt hat er den hochgeholt, weil du wieder nichts machst hier. Oh, warte mal. Ach, du bist so schlecht. Guck mal, du hilfst ja nicht mal. Du kommst erst 10 Minuten später, nachdem er seinen Maid wieder hochgeholt hat, ey. Das ist nicht der Ernst, dass du mich hier mit diesen komischen Ufo nerven. Ich habe doch gesagt, wir holen eh keinen epischen. Du bist schlecht. Du bist ein Low-Skill. Nein. Sag dich doch. Einfach ein Low-Skill. Ja, okay, dann kommt jetzt in die Lobby. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, Low-Skill. Es hat wenigstens ein Low-Skill-Epischen geholt. Okay, dann sehen wir uns jetzt in der Lobby. Bis gleich. Also, ihr wollt jetzt bestimmt sehen, was ich euch zeigen möchte. Ja, klar. Los, zeig einfach. Zeig einfach. Ihr feiert keine Low-Skins und ihr glaubt auch nicht, dass ich OG-Skins habe. Du und OG-Skins? Ich weiß nicht, dass ich nicht lache. Ja, ja. Ihr glaubt mir safe nicht, dass ich nicht mal einen Skin habe. Du und OG-Skins? Ich und OG-Skins? Ja, aber wenn du ein Low-Skin bist. Ja, komm. Also, ich werde euch jetzt mal einen richtig krassen Skin zeigen. Er ist auch OG. Glaubt ihr mir das? Nein. Glaubt ihr mir nicht? Nein? Glaubt ihr nicht? Ihr glaubt mir nicht, dass ich nicht mal einen Skin habe? Du bist ein Low-Skin. Was? Nix. Gar nix. Okay. Drei, zwei, eins. Warte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ihr wollt jetzt bestimmt mit mir zocken, ne? Ja, klar. Sollen wir noch eine Runde machen? Ja, komm. Das war doch auch nicht ernst gemeint. Ja, wahrscheinlich war das nicht ernst gemeint. Also, ich bin jetzt mal weg. Ciao, ciao. Leute, ich würde sagen, wir haben deren Ehre genommen.